Was geht ab, Leute? Wir zocken wieder ZTT mit den übrigen Verdächtigen. Und mir. Mit Dalu. Juuu. Ego. Hallo. Fisk. Hallo. Granz. Hab schon Hallo gesagt. Kundran. Moin moin. Maxi. Hallo. Nils. Hallo. Liquid. Quack quack. Und Julie Wesselich. Hallo. Hallo. Und Gaben ist dabei. Gaben. 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 Wo ist Gaben? Oh Gott. Aber da ist schon was drin in den Klo. Das ist ein Detective Item, oder? Ja, das ist ein Lord Gaben. Callt jetzt hier den bösen Buben. Lord Gaben. Gaben hat gesagt, du bist das Kundran. Nein, ich glaube. Gaben. Er hat gesagt, nie. Das ist ja Eisdeutsch. Diesmal ist es Eisdeutsch. Tolle Chancen für alle. Aber hast du nicht zurückbekommen, dass dir... Ja. Das ist ja ein großer Grund. Gaben. 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 Kam die Nachricht gar nicht, Nils, dass das gleich... Doch, aber konnte ich nicht erinnern. Weißt du. Ich konnte nicht erinnern. Du hast es frühzeitig gesagt bekommen, dass es zugleich Reweepress wird. Genau. Ja, ja, das kriegt derjenige mit. Aber dafür habe ich halt keine anderen Credits mehr. Und das kann ja auch Nino treffen. Dann habe ich halt nichts gekauft. Hey, dann muss Kundran der andere sein. Genau, stimmt. Gaben hat dich gefördert. Alter, Dalu hat die Taube liegen lassen. Hey, hey, hey. Die Taube. McFly, du. Gib die her. Ich habe eine Taube. Guru, guru. Hey. Verstehst du auch nicht? Ich? Ich? Wer ist das? Wer ist ich? Was macht Klabotts? Da ist er ich. Was machst du nicht nochmal? Ich kann nichts hinter dir geschossen. Was geht denn da? Was machst du mit dem toten Nils? McFly hat einen erschossen, Leute. Guck mal, wie stark Nils ist, Juli. McFly. Okay. Guck mal, wie stark er ist. Rennschip. Er hebt das Auto. Mit dem Kopf. Nennt ihn John Cena. Nicht, okay. Leute, McFly hat einen mit einer Taube gekillt. Aber McFly hat die aufgesammelt. Was wolltest du? Ja, aber ja trotzdem einer mit gekillt. Oh Gott. Oh mein Gott, Gamer Musik. Was war das denn? Du hast 100 Sounds abgespielt, ey. Ich habe einen nur doppelbelegt anscheinend. Dein Soundboard ist kacke. Eben. Ist jetzt Maxi. Friendship, ist ein echter Friendship. Jaja, das hat er auch da gefunden. Als ob er Taube und Friendship gedroppt hat. So ein Bullshit. Einer von euch lügt. Ach, ihn platt? Ich glaube, es ist doch Maxi. McFly hat einen gekillt. Was war das für ein Sound? Er hat auf mich geschossen. Ich musste mich verwehren. Ich dachte, das war Traitor. Verwehren? Ne, ich laufe die ganze Zeit hier rum. Was ist das für ein Sound? Ich hätte gerade das. Diesen Bug, dass zu ihr geschossen wird. Jetzt hat Dardo den Friendship. Hab den hier gerade gehört. Friendship auf mich. Abgefeuert habe ich den nicht. Ey, wer schießt da auf mich? Bei Liquid, aber... Der hat auf mich geschossen. Was? Liquid? Liquid? Das sah gerade so aus. Ey, wieso ist Fisk denn jetzt tot? Der McFly hat den getötet. Der hat mich auf mich geschossen und dann hat mich ein Tauber auf ihn geworfen. Und ich lande. Ist geflogen. Ganz normale Reaktion. Ich bin gelandet. Und sie fliegt. Wie eine Ballerina. Musst du damit rechnen, als ihr ist denn? Michi sind ja nur Traitor an. Das war lustig. Ich will nochmal. Jetzt kommt... Oh, da wird noch ein Schuss. Musiker. Los, rauch und dann abheben. Muskularen sein. Wie auf dem Besen, Shigo. Wenn du meinst. Warte. Und... Oh, faszinier, faszinier auf. Gesundheit. Vom Schiff in die Piet. Oha, das war McFly. Gar nicht wahr. Ja, McFly hatte den Friendship gehabt. Jetzt ist... Jetzt ist raus, McFly. Wollen wir euch die ganze Zeit hier mal da stehen? McFly. Die arme Shigo, sie wollte gerade abheben. Sie ist eben noch so schön geflogen. Ja. Ist das jetzt eigentlich dein Benutzer-Stalu? Was denn? Mein Friendship war das nicht. Ich denke nicht, dass da sind Friendship. Nee, aber er hat... Hat er den halt. Und nicht hochgesammelt. Also Julie könnte es sein. Die ist nämlich hier. Ja, wenn ich dann zwischen den Tanks bin ich dann auch schon mal beim Friendship. Eigentlich können Julie und Grants sich duel. Obwohl, ne Quatsch. Kundra lebt noch. Liquid ist tot. Liquid rennt hier vor mir. Liquid in einem Popsort rennt da oben rum. Die Gruppen kuscheln. Was? Also von denen hätt's eigentlich auch keiner sein können. Also Grants war... Hier, da oben ist er, Dalu, über dir. Ja, hier. Hallo. Ich seh ihn nicht. Mach ihn fertig. Ist nur Grants. Töte ihn. Klaboster heiße ich. Klaboster. Ey, kann doch nicht so lange dauern. Es kann eigentlich doch nur Liquid sein. Liquid oder Kundra. Es muss Liquid sein. Es passiert nix. Bitte juheliert euch. Ich bin gar nicht still. Es ist so. Es passiert nix. Ich will Dirty Sanchez sehen von einem von euch. Wenn du mir erklärst, was das ist. Erklär doch mal für die jungen Zuschauer. Für die jungen Zuschauer. Wir sollen sich was zeigen. In nem Vlog. Wo ist er hin? Ja, warte. In nem Vlog? Ich bin jetzt weitergelaufen, weil du da oben auf dem Dach rumtänselst. Hier, zeig. Ne, ich bin ja nicht der Traitor. Du sollst gegen Kundra kämpfen. Du sollst mir erklären, was der, ne? Ach so. Das ist Julis Lieblings... Eis. Ja. Warte, ist hier einzeln davon ne Tür oder so? Nee. Ich dachte gerade... Oh mein Gott, ihr habt nen bösartigen Gartenzack. Komm jetzt, Liquid. Mach jetzt was. Haut raus, Kinder. Das ist doch Traitor, ey. Kann doch nicht sein. Boring Shit. Ich seh gerade niemanden mehr. Ach, die Zeiten sind vorbei, ey. Ja, doof für den Traitor, ne, Kundra. Wenn man keinen mehr sieht. Er läuft, ja, Kundra läuft die ganze Zeit an der Außenkante. Liquid hat gerade den Rangar an, so war... Oh, Moment, da kommt der schon die ganze Zeit... Verfolgt die schon. Ah, da hast du mir klar. Ja, wir sind alle nicht unten. Ja, Axt 14 connected. Oh nein, die Axt. Die anderen 13 wurden schon... Hier unten waren gerade Birdstar und Liquid. Liquid ist das da drüben. Liquid hat den Ringer, mach mal einen Test. Dann zieht der gleich, wenn ich sterbe. Das passt wohl das jetzt Axt 15. Axt 21. Ich hab keinen Ringer. Verdammte Axt. Ich bin kein Ringer. Hast wohl das Axt 22. Vielleicht war das ja Tautor. Liquid ist es... Oh, aber kleines A diesmal ist... Nee, doch nicht. Natürlich nicht. Ich mach einen kleinen Hass hier. Aha. I don't want... Ey, komm schon. Jetzt ohne Witz. Einer von... Ist noch einer Traitor. Nicht, dass hier wir jetzt auf die Zeit warten. Ist doch noch einer, was macht... Liquid ist es. Männer. Gamefab. Wer war? Ja, Liquid. Liquid ist es. Ich stand hier die ganze Zeit mit tausend Leuten, ey. Hey, ich stand doch hier ganz allein mit dir. Ich hab Maxi noch in der Zwischenzeit gekillt, als er unter mir im Haus rumgetoppt ist. Ja, ja, gerade angefangen. Beziehungsweise... Ja, ehrlich. Die erste Runde ging sieben Minuten. Ja. Das stimmt. Ich war instant tot. Ich bin geflohen. Du warst nicht instant tot. Du hattest ja die Chance, zehn Sekunden zu eskalieren. Zehn Sekunden zu eskalieren. Ich war doch vollkommen umringend. Ich war doch vollkommen umringend. Ich war doch vollkommen umringend. Was passiert eigentlich, wenn man in dem Moment in einem Doppelgänger steckt? Das wäre witzig. Hm. Ach, meinst du, dass es ein neues Item ist? Gaben, do it. Gäben. 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 Mit Rechtsklick callst du übrigens Gäben. Und wenn du dreimal Gäben laut sagst, dann findest du auf jeden Fall einen Schrader. Dann kommt aus dem Spiel hier ein Kriebelgeschuss, ne? Kommt, was aus dem Spiel. Was habt ihr bitte wieder für ein Item eingefügt? So, kann einer mal Tau-Tau die Links schicken? Ich kopiere jetzt einfach alles und hoffe, dass das klappt. Ja. Oh! Pju! Wer schießt die ganze Zeit mit dem Blaster? Lattat! 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 Der übersteuert gerade wieder. Der übersteuert immer so. Ja! Glückwunsch! Hat sich selbst gesetzt. Nice. Ich glaube, der Klapp-Botster ist D. Oh, the door. Ne, Innocent. Zweimal Innocent, einmal Detective. Also, das stimmt. Das ist ja richtig gut alles gek... Ich glaube, kann das sein, dass das einfach alles ist, was schon... Wir haben den dann dreimal benutzt jetzt, dass das einfach so von oben nach unten angezeigt wird? Ne, dann wäre er ja nur Traitor. Doch, das kann sein. Ne, dann wäre er einmal Traitor. Letzte Runde wäre ja Traitor gewesen. Ja. Also das unterste ist wohl immer das Richtige. Was ist passiert? Vielleicht maximal dreimal angezeigt, weil das wird ja wirklich hinkommen bei Grants. Ne, das letzte war Traitor. Das, was er war. Nee, komm. Ja, genau. Nimm 300 Grants. Ne, aber Nils hat auch schon... Ne, das ist so weit. Ah! Traitor und dann Inno. Und Nils hat schon wieder eingetötet. Sie wollte es. Sie wollte es. Sie wollte es. Sie wollte es. Ihr wisst doch, wie viele Anklage ich deswegen schon abgeschmettert habe. Maxi, nein. Ich dachte... Nicht denken. Gucken. Ich dachte, Shigo hätte gewonnen. Ich hab Maxi grad getötet. Ich... Scheiße. Oh nein. Ich glaub, Kunran hatte gar ein Traitor-Item in der Hand. Ja, ich hab ne Taube. Ja, und warum zielst du damit? Detective Grants, ich glaube, Shigo hatte keine Taube. Shigo würde nie eine Taube taufen. Faszinator. Shigo doch nicht. Das Ding war vorher nicht da. Aber McFly hat Kunran leider als Inno confirmed. Hä? Obwohl er tot war. Dalu ist es. Nein, Kunran ist safe. Du hast grade den Faszinator neben mich geschossen. Ich hab nix geworfen. Erstmal call ich Kunran safe Inno, weil McFly in der Hand als er tot war. Alter, Nils will hier Leute propkillen. Es war Dalu. 90%. Ja gut, zu wenig. 90. Ist mir zu wenig. Ist zu wenig. Ich hab schon jemanden getötet. Übrigens, Kunran ist safe. Wir leben nicht mehr so viele. Kunran, ein Taube! Nein, Kunran ist safe. McFly hat's verraten. Warum kann ich die eigentlich nicht werfen? Keiner will wissen, warum ich sag das erst. Aber du musst doch auf jemanden zielen, damit die für mich schießt. Halt. Blöd. Hau ab! Ich bin es nicht. Ich hatte einen Faszinator wirklich nicht. Und wieso ist denn, wenn einer einen Faszinator hat, noch nie was explodiert? Weil derjenige dachte, dass sich das von selber erledigt. Weil, siehst du? Hier. Ein Fass. Sehe ich. Nein, du siehst ein Fass. Dahinter ist das Auto. Und da, wo jetzt das Fass ist, war vorher das Auto, was ich nach oben geschleudert habe. Ja, aber da war ich doch gar nicht. Ich war doch da oben an dem Baum. Da müsste derjenige aber gesehen haben, dass das Auto wieder da runterkommt und auf das Fass knallen würde und dann explodieren würde. Ja, aber jetzt schau mal, wo du mich beschuldigt hast, als ich Trader bin, stande ich hier. Du standst auf der Klinik. Er hat eine Flashbang geworfen. Das ist auch dein Ding. Das Fass der Show ist auch dein Ding, ja. Das ist doch bescheuert. Er war doch nicht auf so einer großen Map. Wenn jetzt noch gleich die Slow-Motions kommen. Das ist bestimmt Fisk. Da hat er eine Crowbar gedroppt! Ey, das ist doch... Die liegt, die liegt aber hier auf der Map. Kundran ist es. Fisk. Ich glaube, es ist wieder liegt für mich. Nein, Kundran ist ja confirmed. Ich wollte gerade sagen, du hast mich schon confirmed. Ich glaube, es ist wieder liegt für mich, Leute. Da McFly hat dich confirmed, obwohl er tot war. Ja, ja. Wir lassen jetzt das Schicksal übernehmen. Ich stelle euch alle auf einen Haufen und ich werfe die Taube da rein. Ja, dann sind alle da. Ah, der Trailer, der Flopper. Shifty Pete. Das wäre natürlich schlecht. Dann muss ich den da schießen danach. Warum macht dann die Taube nix, oder was? Ist es schon wieder ein Liquid Trailer? Ja, es ist schon wieder Liquid. Frei zum Abschluss. Liquid trinken Sie erst mit dem Flopper. Schieß ihn ab. Vorsicht, Vorsicht. Nicht Vorsicht sagen. Einfach eiskalt töten. Hab ich das, Jonas. Warum? Nein, Dalu ist es nicht. Doch. Nein, sonst hätte ich ja das mit Kunan gar nicht gesagt. Ich wollte gerade sagen, sonst hätte er mich doch nicht gefördert. Ich würde den Gedanken nur verfügbar halten. Also, das ist nochmal wiederholt von Maxi. Können wir jetzt Liquid töten? Ah, den hast du abgeschossen. Nein, ich bin mit meiner Tastatur beim Umdrehen, äh, mit meiner Maus beim umdrehen in die Tastatur. Ja, genau. Lustigerweise passiert mir das aber wirklich öfter, auch bei Counter-Strike. Wenn ich zu weit nach links gehe, komme ich mit meiner Tastatur an die Maus. Keine Maus. Alles klar. Da wurde aber die Taube gedroppt, oder? Nein, nein, nein. Das war irgendwas anderes. Liquid, Liquid. Ja, sag ich doch Liquid. Nicht, Kunan. Dann fangst du nicht. Nein. Nicht nochmal. Nicht nochmal diese Runde. Das Liquid war es jetzt, oder wie schon wieder? Jo. Er läuft zu der Toilette. Ja, dann läuft Kunan ihm entgegen mit der Taube. Nice try, Liquid. Er ist auf dem Scheißhaus. Also, am Scheißhaus vorbei gelaufen. Wäre geil, wenn er da drin wäre und dann den Door-Bots da dran bringen. Los, Kunan, mach ihn doch! Schmeiß die Taube. Wenn er die Taube nicht werft. Oh, was aufgelöst, hinter dir! Nein, nein. Achso, du hast... Kunan, dann wird's bald! Kunan, dann wird's bald! Ich weiß auch nicht warum. Aber Nils hab F gehofft, dass das Auto wieder auf das scheiß Fass drauf fliegt. Siehste? Das war einfach vorher nicht da. Guck mir da ganz unten. Nein, nein, nein! Weil du hast Karma gesagt und du wusstest ja, welche Rolle er hat. Haben wir auch nicht nachgedacht, denn wir waren so... Warte mal kurz. Das Wochenende war zu lang und zu hart. Das war... Das war... Das war jetzt ganz genau. Na ja, Valentinstag. Guck mal, Grand 2x kommt zwei, ne? Ich hab das Problem, dass die schweren Missionen leichter sind als die Mänglerin. Ich hoffe, dass Nils wieder Trailer ist. Einmal machen wir ihn doch hier. Fisk hat mir Schaden gemacht. Gabe! Gabe! Ich bitte noch keine Waffe. Oh, bitte nicht mich, ey. Hey! Oh! Das ist doch der Lord zu sagen. The Prince! Yeah! Das ist so ein Premium-Item! Übrigens, Fisk ist Detective. Ich glaube auch, dass Nils war. Fisk kauf ihn auch! Callen Sie dort! Dann sagt der Dalu, ist er... Das war ich dabei. Ja, dreimal, ne? Das musst du Gabe sagen. Auf dem Scheißhaus, dreimal Gabe. Miss Lemon! Wir waren in Miss Lemon unterwegs. Miss Lemon war hier unterwegs. Miss Lemon war hier unterwegs. Und jetzt muss... Jetzt kriegt man einen Trailer. Jetzt haben wir gleich einen. Wir haben dreimal Gabe auf dem Scheißhaus gekauft. Wir haben auf dem Scheißhauf. Da steht's, Juli! Juli! Hey! So eine Kacke! Wir haben Gabe gerufen. Oh! Das war mal knapp! Das war mal knapp! Weiß denn einer, wo sie ist? Gabe's Fade, oder was? Tja, wo bin ich? Kinder sucht mich! Mann, dann kommt nicht vor Lord Gabe! Leute, wir müssen die böse Hexe im Wald suchen. Das ist wie die Bloody Mary. Nur du musst halt Gabe dreimal auf dem Scheißhaus sagen. Nice. Ich hab gesehen. Grant is safe. Auf dem ging der Friendship. Fisk ist Detective. Hab ich noch mal auch announced. Ach so, ihr müsst bisschen besser suchen. Es wurde öffentlich announced, dass er Fisk Detective ist. Ich bin Detective. Bist du dir ganz sicher? Könnt ihr auch einfach hören? Ja! Da ist Shigo. Sie ist verwundet. Ja, weil Nils nicht mit seinem Scheißhack. Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Was würde Shifty Pete tun? Die hat eine Taube in der Hand. Was würde Pete jetzt machen? Shifty Pete. Kennst du nicht? Ja, ich hab den Namen auch schon jetzt mal geschrieben. Bist du das? Nee! Der hat die Map erstellt. Hab sie! Bist du tot, Dalu? Nils! Dalu ist tot! Das war zu offensichtlich. Ach nee, ich hab's nicht echt gesehen. Du hast eine Explosion gesehen. Ja! Ich hab da irgendwie hoch. Dalu? Kommst doch hier! Merkt euch Nils, Leute! Hüsk! 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 Ach so Dalu hoch! Ja, über den über den... Hey Nils, es ist es wirklich! Ich hab das Radio gekostet! Ich hab das Radio gekostet! Das ist ja wohl. Hüsk! Hüsk! Hat Julie noch auf irgendjemanden geschossen? Auf Dalu? Ja, deswegen noch auf Dalu. Nein, nein auf Dalu und mich. Also keiner sonst noch konfirmt. Hallo! Hüsk! Wie gesagt, Grant ist auf jeden Fall safe. Duh, 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 duh. Da ist weiter, hm? Mach mal ein bisschen Musikuntermalung mit deinem Soundboard. Oh mein Gott, Dado ist tot. Ne, echt? Ganz neue News. Da, 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 da ist tot. Da, 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 da. Boah, goah, ist da extra heute nicht da. Nur so, wenn ich, wenn ich Dado jetzt nicht wiederbelebt haben sollte, dann ist Maximik Fly übrigens Threader. Geld? Ah, lag hier runter! Okay. Ich hab nur Dado. Bist du Stauder, dann musst du's jetzt zugeben. Hä? Was? Wenn du's bist, musst du's jetzt zugeben. Ich bin's. An Valentinstag darfst du nicht. Oh ey. Kann ich nochmal geben kaufen? Er hat auf dich geschossen, Conrad. Warte. Ne, ich hab nicht noch lange geschossen. Okay, geht noch einmal. Sag mal, äh. Ungefähr, ja. Au. Au. Alter, hier wird Nils abgeschossen von Tautau. Ja, what the fuck? Was war das? Ja. Keine Ahnung. Nur weil, weil Nils sich an dem Auto zu schaffen gemacht hat, scheinbar gehört das Tautau oder so. Seinbar sein Auto? Ja. In my car. Aber er hat's noch geschafft. Ja, Liquid und Maxi, ihr könnt euch. Boom! Sicher? Ja. Hundertprozentig. Hast du da oben? Ey. Lass es schön sein. Ja, der hat mich geschossen. Du hast doch als erstes geschossen gerade. Das ist absoluter Bullshit. Du hast doch grad den Sennaberschuss daneben mich gesetzt. Ja, nachdem du mit der Shotgun geschossen hast. Ja, du warst als erstes dran. McFly ist es. McFly ist es. Völliger Schwachsinn hier, der Liquid. Du hast doch als erstes geschossen. Oh. Ernsthaft? Ich fall gleich tot um und der ist es. Sorry, du bist... Ja, siehst du? Ja, siehst du? Ist da grad... Was ist da grad geflogene Leicht? Ah, das hat gesagt. Ja. Ja, schade. Er ist nur grad nach rechts gelaufen und dann wieder nach links. Ich hab dich dann gesehen. Ich war jetzt kurz davor auf dich zu schießen. Oh nein, die Rotation Gun. Oh nein. Rotation. Okay, also wegen dir das Item... Ist ja schon ziemlich nice, aber du hast halt nichts mehr. Du kannst nichts mehr kaufen. Hm. Hm. French Europa. Äh... So geht's mir auch immer. Ist okay. Also der Dope-Botster, den ist auch... Aber auf dem wird nicht so geil. Aber wir werden bestimmt noch ne Map... Doch, wenn jemand auf dem Scheißhaus ist. Ja. Wenn der Dete... Wenn der Dete... Gerade auf dem... Ach ne, das bringt ja nichts. Sieht das Ding aus. Ich will ne Wii Fernbediener. Oh. Okay, Leute, ich sag euch jetzt mal, wer Dete ist, okay? Nein, erst dreimal Gaben. Jetzt kriegst du dich selber, ey. Oh nein. Du hättest dreimal Gaben-Called. Welcher, welcher? Hä? Ne, da wird ein Inno gecalled. Na, glaub ich nicht. Ah, da... Siehste! Liquid! Wo ist der? Da hinten, wo der Strahle ist wahrscheinlich wieder... Hanna! Ja! Diese Scheiß-Seite! Siehste? Und ich hab nicht mal Gaben gerufen, ey. Wundervoll. Du hättest Gaben-Called. Lang genug hier hat Fortress gespielt. Hättest du's gemacht worden. Ist hier einer von euch? Ich muss immer die Masse teilen. Dann werden zwei gekalled. Das wär auch super. Wow! Da sind drei Exklusive-Fasser. Da sind drei Exklusive-Fasser. Das war einfach ein paar Friendship-Los-Fisk. Oh Gott! Nein! Was war das? Hier ist ne Lemonade. Ist hier aufgegangen. Er ist hinten im Haus! Das war ne Zauber. Keine Lemonade. Das war ne Lemonade vor mir. Check the Tapes. Check the Tapes. Full-Stern-Hau. Sie kennen uns. McFly! Hey McFly! Die Leichen sind alle hinter dir! Ja, ich weiß. Aber ich weiß lieber die Friendship zu untersuchen, wo Fisk herkam. Und irgendwie... Fisk ist hier. Ja. Tauto hätte die töten können. Was? Mit der Lemon-Scheiß-Nade. Hat sie drei Leute umgebracht oder was? Oh! Messer! Auto hat ein Messer, McFly! Am Arsch. Ey! Du hast grad Fisk abgestochen! Oh mein Gott! Wen hab ich grad? Geh lang! Zeugen sie mir! Aus Versehen! Jetzt wirft ein Lemon auf mich! Aus Versehen! Der wird getroffen! Oh! Alles voll mit Turtles! Was? Lauf andersrum, McFly! Der kommt dir entgegen am Scheißhaus! Oh mein Gott! Das Wichtigste ist, die Juli hat gerade Liquid erschossen! Hast du ihn? Down ist er! Unten! Nicht! Du wirst es aber auch, weil guck auf die Scheißliste, du! Verstecken! 1 plus 1 kombinieren! Auf geht's! Es gibt immer noch drei! Wow! Die Lemonade ist super! Komm doch her! Nein! Ich hab kein Radar! Umso besser! Bist du denn? Immer noch auf dem Klo? Alter! Diese Vorführung nennt man Around the World! Around the World! Around the World! Around the World! Prima! Hallo, Mr. Turtle! Und mehr Lyrics gibt's nicht bei dem Gliedleiter! Die redet sogar! Hallo! Das ist mein Turtle! Oh Gott, jetzt hat er wieder unsichtbar gemacht durch die Turtles! Unsichtbar genug! Oh Gott, das ist weg! Ich hab echt gehofft, dass du falsch adisst! Du hast wieder gekillt! Das ist gut, ey! Ich hab fast Liquid verprügelt! Bis zum nächsten Mal, Leute! Nein! Nils bist raus! Nils geht jetzt schon ins Bett! Die erste war richtig, 3 Leute mit einer Granate! Nein, nein, das war eine Taube. Ich wollt grad sagen, das ist ein Tauber gekillt. Wo war deine Taube? Das war aber auch die Lemonade. Durch Kombination aus beiden. Das wirst du nicht nochmal kaputt sein. Seid froh, dass ich's nicht bin, du ne Alter. Aber das ist echt bitter, wenn du dann siehst, gleich kriegst du auf den Sack. Ja, dann musst du halt was kaufen. Wie zum Beispiel Fade, Märtyrer, Dead Ringer, Doppelgänger. Ich hatte ja hier Friendship und hab noch jemanden weggehauen. Und dann auch noch so Friends gekillt. Was machen sie auch so? Aber das Gute ist halt, der Detective, das weiß wer denn, der hat keinen Fade. Für die anderen Traitor ist das zum Beispiel ganz praktisch dann. Also... Nee, gerade auch, hättest du ne Schatten gehabt, wär in dem Haus... Nils ist wieder... Ah nein, doch nicht. Nils und Fils kamen sich gegenseitig gescannt. Es trifft doch immer den Richtigen heute, ey. Wo ist er? Nee, zwei Runden hatten wir, oder? Oh, der war aber nicht übel, ey. Nee, nee. Du hast ja nur Pude gehabt. Oh, guck mal, wie du nicht liegst, ey. Job ist getan. Ich sonne mich nur. Komm, McFly. Hinter dir. Du McFly. Oh shit. Oh shit. Oh shit, hab ich nicht geguckt? Weiß nicht. Wenn du näher kommst, bist du auch tot. Du läufst wieder in die Richtung, und knallst den da hinten ab. Lemon! Links in der Ecke, da ist der Sackgasse. Da ist nix. Ja, es hat... Ich dachte, jetzt fucke ich. Aber der Scan wird ja auch, nachdem die Dipps tot sind, leider. Kann auch von Inus ausgelöst werden, oder das? Nee, äh, Nils hatte das gemacht, und dann hat Maxi ihn abgeknallt, aber ich wurde trotzdem noch... Fuck, wie hast du mich noch getroffen? Dann müsste man halt noch testen, was passiert, wenn du einen Doppelgänger hast, ob dann nicht einfach der andere Name... Das wär richtig wies. Man muss also niemanden anziehen für den Trader. Für den Tester. Nee, du darfst ihn einfach so machen. Nice! Den spreng ich! Oh, fuck! Du kannst dir halt auch niemanden aussuchen. Ich dachte schon, man müsste jemanden aussuchen, weil ich hab aus Versehen, äh, den anderen Data gescan... Achso, nee, nee, es ist wirklich komplett random. Deswegen, am Anfang hatte ich ja Fisk gescannt, der war auch Detective, so toll. Gaben, dreimal Gaben. Dreimal Gaben. Das hat übrigens funktioniert gerade, ich war aufm Klo, hab dreimal Gaben gerufen. Äh, direkt. Get rekt. Hey! Da oben! Es ist auf jeden Fall... Shigo ist auf jeden Fall Innotrator oder Detective! Eins von den drei! Das letzte ist das letzte. Es ist das letzte. Vor allem, weißt du, manchmal zeigt er nur ein, manchmal zwei oder drei. Das letzte stimmt, aber... Shigo ist das letzte. Hey! Was ist das für ein Lasersand? Kondrat! Der Kondrat! Da ist er doch! Kondrat! Mach ihn, mach ihn! Er will jetzt hier lügen! Das Lügenlord! Ja, wir sind uns sicher! Ey Shigo, hier ist doch ne Leise! Aus Erfahrungsberichten! Aus Erfahrungsberichten! Ne, weil du darauf zugekommen bist und dann schnell umgedreht bist. Als ob du nicht arbeiten willst oder so. Als ob du nicht arbeiten willst! Ich geh mal wieder! Das war ja wohl voll Unfall! Die Karre da! Ich hol mir lieber nen Donut dazu! Huge! Jetzt ist sogar einer umgefallen! Wo ist denn der Kondrat? Oh! Oh, oh, oh! Was war los? Was? Das war ein Deagle Schuss auf ein Fass! Geh doch nochmal weg da! Halt die Schnauze! Ist Kondrat jetzt tot oder nicht? Gab's DNA an Leiche von Julie? Nein! Achso, da hab ich dann gehofft! Oh, Feuer! Feuer! Die ist noch zu kalt! Ausgekühlt! Runter mit dir! So, jetzt such mal Kondrat! Maxi will ihn, glaub ich, decken! Nein! Da oben ist immer gestorben! Liquid! Liquid ist auf jeden Fall auch der andere! Nein, 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 nein! Dann ist es, wenn er Nein sagt! Ja, ja, auf jeden Fall! Okay, ist es da! Ja, ist es! Er hat's zugekommen! Oh Gott! Franz, du müsstest Kondrat eigentlich gesehen haben! Hier war er eigentlich nicht! Hinter mir! Auf deiner Seite! Auf deiner Seite! Klippe, ja! Link, wer schießt auf mich! Alles explodiert! Er ist unter dir! Hallo! Hab ihn! Hab ihn! Ich glaub ich hab ihn! Der andere ist aber auch noch da oben! Ne, da liegt da noch ne Leiche! Oh nein, ich glaub das ist schief! Mr. Feeskill! Der ist ungefallen! Der ist in der Ecke! Oh, 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 oh! Der ist scharf geschossen! Oh Gott, der hat irgendwelche böse Waffen, ja! Ah! Und Fisk ist der andere! Wo bist du? Da oben! Ah, da wär er gewesen! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Ich bin hinter dir! Oh! Kein Mund! Ah! Ach komm! Oh Gott! Bis zum nächsten Mal Leute! Macht's! Tschüss! Tschüss!